Wenn du entscheiden könntest, würdest du die Steuer abschaffen? Ja. Findest du 20% zu viel? Naja, ja eigentlich schon. Würdest du sie auf 10% runtersetzen oder ganz abschaffen? Ganz abschaffen. Wieso findest du die Steuern schlecht? Sie sind einfach schlecht. Würdest du sie abschaffen? Ja. Findest du, dass 20% zu viel ist oder eher zu wenig? Zu viel. Würden 10% reichen? Ja. Findest du, dass 20% zu viel oder zu wenig ist? Zu viel. Also würden 10% reichen oder ist das zu viel? Nein, zu viel. Also ganz abschaffen? Ja, ganz abschaffen. Es muss einfach weg. Findest du die 20% steuergerecht? Ja, in Wirklichkeit ist es auch so mit 20% Steuern, aber naja. Würdest du an diesen Steuern etwas ändern? Ja, ich würde sie auf 10% herabsetzen. Und wenn du entscheiden könntest, ob sie abgeschafft werden oder da bleiben, was würdest du nehmen? Ich würde sie abschaffen. Gute Entscheidung. Danke für das Interview. Ja! 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 Enieg air theatre. Ja! 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 Untertitelung des ZDF, 2020